deswegen finde ich immer die kombination aus ob es wenn man die gut spielen kann ist die fast so gut wie eine normale mose und dann haltenden crossbow dazu in der regel am liebsten mit shotbowl habe ich aber noch nicht freigeschaltet weil die die customer ja gemacht geändert haben alle eingeführt haben und dann haben die sich gedacht ja dann musste das jetzt wieder neu freisch halten nicht blöd da ist eine von diesen vogelscheuchen wo ist die vogelscheuche da hinten auf der insel moment da da hinten an der fischerhütte ach so ja gut jemand silent was dabei ansonsten ignorieren sonst hätte ich längst geschossen ist nicht wohl auch da hinten ist aber auch eine oder ja es bringt auch aktuell nichts ach das unten wer ist denn da unten dran vorbeigelaufen gerade hier was ich habe auch gedacht dass wir oben bin dann oben lang gegangen aber habe es unten dann gesehen hier gibt es platzline xp moment ich muss das munition wechseln direkt hier neben der tür das jetzt gefunden ja ok ja wir gehen zum anderen boss dann rüber nein genau den bolzen in diesen einen pfeiler hier natürlich was auch sonst das ist der nachteil der ist einfach durch die durch geflogen das ist der nachteil annehmen normalen crossbow bolzen nach nach ist andauernd leuten in die arme er beginn ins lotterhaus würde ich sagen nicht zu den schüssen zu weit weg verbringst du die halbe zeit des matches dahin zu laufen und dann ist der kampf vorbei kommst an und dann rennst du in die reihen und sie wurden hinten nicht direkt wenn es näher gewesen wäre hätte ich auch gesagt ja geh mal hin aber geht dann meistens doch lieber erst zum den klus immer gut die klus zu haben weil du dann weißt wo die anderen wahrscheinlich hinlaufen dann brauchst du nicht so rates spiele machen und kannst dann recht gut vorhersagen wo sie als nächstes hinlaufen aber dann weiter zur range ja ist wieder anfang war ich bin hier das interessiert die auch nicht wenn du so nah dran bist decoys silent käfig ausmachen silent geht es nicht macht immer bereiche das ist schon schlimm genug wenn ich höre dass im nächsten compound mal wieder jemand hunde ausgemacht hat weil du diese feuer explosion ziemlich genau heraus erkennen kannst ja dann weiß ich schon was da los ist reicht mir ich habe übrigens eine sticky falls wir einen butcher finden welchem bereich sind wir denn jetzt vom butcher ja hier oben gibt es den trade position den habe ich schon mitgenommen du ist eigentlich ein hier 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 wir der hier hier An Upgrade Points hier Tür ist zu Untenrum Toolbox hier Flatline XP hier Achso die hier waren die was das geht doch niemals daneben verstehe ich manchmal nicht muss er denn jetzt hingeflogen hier hinten irgendwo dann erleuchte uns doch mal wo wir jetzt am sinnvollsten lang laufen um Cyprus anzugreifen zwischen Wald und dann hoffen dass die keine Sniper haben und uns nicht töten wenn wir versuchen über die Straße reinzulaufen oder das ist eigentlich der safest Weg wenn kein anderes Team da ist wohlgemerkt komplett außen rum laufen auf der Seite wo die Brücke ist hinten unter der Brücke durch an der Seite vorbei durchs Wasser sneaken an der an der Holzwand vorbei und dann über die Holzrampe ins Bosler von da aus dann eventuell halt hochklettern aufs Dach oder ein Bosler push oder was auch immer der große Boss von daher denke ich mal das kleine Moment der große nee ist der große oder sicher ich weiß es nicht weil das andere unten ausgegraut catfish ist ja ausgegraut von uns normalerweise muss man erst einmal gucken mit gewähren oder so dass keiner obendrauf steht wenn man hier rüber will weil sonst schießt da einen schon von da vorher kaputt das dürfte auf deiner Ede so sein ich glaube auf unserer noch nicht ja klar du kannst immer irgendwie Glück haben dass du da einfach rüber laufen kannst aber brauchst du es halt nicht allzu hoch wenn drei Leute da oben drauf stehen und in deine Richtung gucken oder halt links oben in der weißen Hütte sitzen sie auch gerne drin alles KI hier quack oder in der rechts rechten weißen Hütte ok zeit ist zeit ist übrigens über let's go jetzt dran jetzt kommen wir nicht mehr ran komm auf der anderen seite raus im westen ich höre schon ein ob nicht hier nicht nie nicht nie da ist einer draußen jetzt hier der ist down please don't shoot me oh gott ich lebe oben im haus glaube ich oder so ah ne ne das schluss am schlamm ist auf jeden fall auch noch jemand ja das boss ist ja auch matsch ne aber er hat eine crowning king gehabt ok hinten 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 260 etwa ja zwei aber oder kommt ja kommen zwei ich bin gerade komplett verwirrt warum sind die bei euch weil die alle rausgepusht sind ja hinten daneben vornamen am geld so hat jemand einer einer hat doch eine bounty von uns habt ihr schon mal gecheckt ja ich habe hier gefunden ok also hier gibt es eine winfield swift und einer ganz silencer hier gibt es eine crown and king und eine uppercut crown and king mit penny shot ja und halten aber ich mag die sowieso nicht kann es dir nicht sagen ob es gut besser oder schlechter ist damit du hast da ein miet hinter dir macht ihr mal weg ich würde gerne mit der mit dem crossbow last hit machen bitte den typen dahinten beide jetzt schon gelootet oder kann man denn noch ich habe den gelootet ich habe noch keinen gelootet hat er hat ja auch eine bounty hier nehme ich die doch mal ja ich bin doch das ist glaube ich sowieso umfüger wenn du die nimmst winfields ja ich weiß auch nicht warum die das nicht eindeutige darauf geschrieben haben das ist eigentlich einfach die die schriftart einfach ja das meine ich ja also ich glaube wenn bei mir wäre das nicht durch die quality control gegangen wenn ich nicht lesen kann ja gut dann weiß man dass das was so funktioniert aber doch quality control nicht kann ich sagen ja wenn jemand diese schriftart die vor einem milliarden jahren mal benutzt wurde kennen die heutzutage nirgendwo mehr gebraucht wird hier oben gibt es die kasse dann wüsste er was das ist dann kannst du nämlich dann direkt schon darauf schließen ja wenn 99 prozent der spieler base das nicht verstehen dann wird das garantiert missverstanden werden so immer raus oder ja ich will mir gerade noch okay wow ich hab ne gift schwitze krass mortar wollte ich schon immer haben wo ist denn die hive ich höre sie doch da boom bitte boom was hast du abgeschossen ne hive achso whipmix explosive crossbow dann macht's bum da hinten kommt doch noch ein armort so weit oh ich muss auch wieder zu weit wieder zu weit headshot auf geht ich wir wir hier wir wir hier hier wir wir Untertitelung des ZDF, 2020